Nach Informationen des BRF war das Flusswasser unterhalb der Talsperre in den letzten Tagen braun verfärbt. Säugen vermuteten, dass die Verfärbungen auf Rückstände aus der Trinkwasseraufbereitung zurückzuführen sind. Zur Erklärung, bei der Trinkwasseraufbereitung entsteht giftiger Klärschlamm, der von einem spezialisierten Unternehmen entsorgt wird. Dafür wird der Klärschlamm vor Ort getrocknet. Die Abwässer, die dabei entstehen, werden in die Weser zurückgeleitet, aber dafür muss das Wasser bestimmten Normen entsprechen. Verfärbungen im Wasser könnten also auf eine mögliche Verschmutzung hindeuten. Laut Informationen der Wasseraufbereitungsanlage stammen die Verfärbungen aber nicht aus der Trinkwasseraufbereitung. Anscheinend wurde in den vergangenen Tagen ein Rohr unter der Staumauer geflutet, das lange nicht genutzt wurde. Demnach haben Dreck und Schlamm aus dem Tunnel das Wasser der Weser verfärbt.